Sonntagmorgen am Knaben schiessen in Zürich. Die Killbestände und die Bahnen sind noch zu. Im Autoscooter läuft aber schon etwas. Das wird vorbereitet für den Gottesdienst. Ein Gottesdienst der Zirkus- und Schaustellerpfarrerin Katharina Hobby. Sie testet gleich das Mikrofon. Die Besucher, die kommen, sitzen in der Scooter-Autoili. Das sind quasi die Killebänke. Und vorne hat es einen Tisch. Von hier aus predigt Katharina Hobby. Der Gottesdienst ist vor allem für Schausteller, die die Kille aufstellen und sie betreiben. Die Schausteller müssen viel arbeiten. Auch am Sonntagmorgen. Darum können sie nicht in die Kille. Und darum kommt Katharina Hobby zu ihnen. Sie ist ein wenig nervös. Aber wenn alle da sind, kann es losgehen. Heute wird gerade noch Saskia konfirmiert. Saskia kommt aus einer Schaustellerfamilie und wird darum im Autoscooter konfirmiert. Wir haben uns gleich getroffen, Saskia und wir haben darüber geträgt. Was ist es denn, Saskia, das du jetzt auch nach diesen drei Jahren Unterricht gelehrt hast? Gott gibt uns Kraft und schenkt uns Liebe. Gott ist fest für uns Menschen da. Egal ob reich oder all. Amen. Amen. Applaus 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 Pfeil Applaus Applaus